so servus leute heute mal im test die lightning parachute bombenrohre für erstaunliche 10 euro ich habe es zum glück nicht gezahlt die 10 euro ich habe weniger gezahlt aber es ist wieder was von den niederländern kafferata führwerk was schade ist was denn wir werden jetzt das leuchten sehen aber in vollschirmen wahrscheinlich das stimmt ja das stimmt wir müssen fast wieder so kombi video machen stimmt ja das könnten wir auch mal kaffee mal anpacken machen wir mal ein video am tag da hat schon eben voll auf der auto drauf gelopft oder ist nicht aufgegangen der so der sache kugel wie ein stahl ja das sind leider gar nicht einmal so gut aber das problem ist auch da eher das kaliber, wahrscheinlich wenn sie so klar sind und ja, es ist jetzt nicht so weit nein schade es kann nicht alles gut sein nein nein da war auch nichts das macht sich eher aus wie man in der fall schon geplatzt war nein, da geht die hälfte nicht, das ist Schrott nein aber einfach das wissen wir jetzt wenigstens ja ja dann haben wir das zum anderen mal dazu nutzt ja nichts, nein aber ja gut das war es ja schon wieder gewesen also bis zum nächsten mal und servus und servus